Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Information von Erg Warno, aufgenommen auf dem Handy. Ja, ein neues Video vom Handy. Und zwar weiß ich mehr über den PC, ja, jetzt erst. Und ihr werdet lachen, wenn ich euch erzähle, was kaputt gegangen ist. Ja, es handelt sich hierbei, also von dem, was kaputt gegangen ist, um den Einschaltknopf. Ja, der Einschaltknopf. Ihr habt richtig gehört. Und da ich so ein extrem super, tolles, scheiß billiges Gehäuse habe, also billig muss nicht, aber halt Scheiße aufbaut, wäre es scheiße aufwendig. Ich sage viel zu viel Scheiße. Nein, auf jeden Fall wäre es extrem aufwendig, da extra nur für den blöden Knopf das ganze Gehäuse auseinanderzunehmen. Ja, ähm, zum, naja, weiß ich nicht, ob ich es zum Glück nennen kann, aber hier bin ich noch mehr kaputt gegangen. Und zwar das Netzteil. Weil, naja, wenn es so ein Knopf gewesen wäre, wäre es ein bisschen sehr bescheuert gewesen, hätte mir aber Geld gespart. Ja. Na, weil dadurch, dass das Netzteil jetzt auch kaputt gegangen ist, ist eigentlich so gut wie alles wird neu gemacht. Also Mainboard, Prozessor, Laufwerke, alles einfach, fast ein komplett neuer Computer. Aber ich habe mir da schon was Gescheites zusammengestellt. Ich werde da wahrscheinlich auch irgendein Informationsvideo, also Informationsvideo, ein Video machen, wo ich einfach alles einschreibe, was mein PC jetzt kann, bla bla. Auf jeden Fall ein Mordstrom, das brauche ich so schnell nicht mehr umbauen oder neu kaufen oder whatever. Ähm, warte, irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, ich nehme wieder mein Handy auf, das heißt, ich kann nicht schneiden, verdammt. Das ist ja schon der 20. Aufnahmeversuch. Aber ich hebe mir die Schnipsel mal auf, vielleicht wird da noch was draus. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Ähm, ja, ich schreibe halt einfach, dass es mir irgendwas wichtig ist. Ähm, neuer PC-Gehäuse, bla. Ja, eigentlich nur, dass das jetzt noch wahrscheinlich dauern wird, weil die Teilleisten erst bestellt werden. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ja. Wer bis hierher zugehört hat, bekommt einen Lolli. Ja. Die Lolli kann er sich in den Kommentaren abholen. Jo, das war's eigentlich schon wieder. Euer Aquano und... Äh, tschüss. Ich muss ich mal kurz überbauen und überbauen. in사ktion. Ich höre vier.